Ganz süß, was macht ihr? Spielt ihr? Ja, spielen? Ach, Kätzchen. Was denn da los, hä? Warum streitet ihr euch denn jetzt? Ist gut. Ihr müsst euch nicht streiten. Aber zum Glück spielen die wenigstens nur so ganz leicht miteinander. Es wurde noch nie jemand verletzt. Ich glaube, die beißen auch gar nicht richtig zu. Was möchtest du denn? Raus? Ja, können wir machen, aber ich wollte eigentlich ein bisschen Mittagsschlaf machen. Kein Mittagsschlaf? Einfach raus? Ja, na gut. Na dann, hol deine Leine und dein Geschirr. Ja, nicht das Geschirr aus dem Schrank, sondern das Geschirr, was wir dir anziehen. Gegessen hast du ja schon, ne? Kosmo, hast du schon was gegessen? Okay, dann ist ja gut. Wo ist Apollo? Weißt du das? Weißt du, wo Apollo ist? Ah, ich glaube, ich habe ihn gefunden. Hallo, Kätzchen. Ich habe dich gefunden. Juckt das? Kitzelt das? Immer wenn es Apollo kitzelt, dann fängt er an sich zu putzen. Du siehst ja? Ja, du siehst ja. Komm. Gehen wir raus. Die Sonne scheint ein bisschen. Seht ihr das? Ich glaube, es ist nicht mehr ganz so kalt. Als ich reingekommen bin, war es minus eins. Vielleicht ist es ja schon null Grad und Cosmo braucht dann kein Pullover. Dann können wir Leine und Geschirr anziehen. Ja? Ist okay? Komm. Na los. Na los. Raus. Raus, raus, raus. Raus, raus. Na, Polly. Beeil dich. Kommt schon. Ich habe einfach die Hoffnung, dass es sich von alleine entwirren wird, wenn die beiden erst mal draußen sind. Was machst du da, Polly? Ich weiß nicht, warum er das immer wieder macht. Ob er vielleicht im früheren Leben so ein Schweinchen gewesen ist? Oder ein Hündchen. Hunde machen das ja auch manchmal. Komm raus. Na los. Miselein. Ja, oh je. Das machen wir so nicht. Ja, ich bin ja gespannt. Ich glaube, ich muss das Ding doch entfernen. Oh, gar kein Bock. Es ist so kalt. Das scheint zu funktionieren. Wenn beide Kätzchen einfach nur ein bisschen dran ziehen würden, würde es schon gehen. Es geht nicht. Ach, verdammt. Ich hätte das lieber drin machen sollen. So, es hat sich gelöst. Die Katzis können jetzt laufen gehen. Hier noch. Bitteschön. Fertig. Viel Spaß. Hm. Eigentlich bin ich nur kurz reingegangen, um was zu trinken zu holen. Und sehe. Und sehe, diese Leine hier, die sich auf das Nachbarsgrundstück bewegt. Ja, so schnell kann es gehen. Hallo. Entschuldigen Sie, Mister. Das gehört dir nicht. Cosmo. Komm her. Komm wieder zurück in unseren Garten. Doch, du kommst zurück. Cosmo. Nur weil es ein bisschen wärmer geworden ist, ist er jetzt voll mutig geworden und läuft hier außerhalb unseres Gartens rum. Komm, ich bring dich zurück. Doch. Na gut, dann nehme ich mir jetzt einfach deine Leine. Dann kannst du... Nein. Nein. Nein, wir gehen jetzt. Zurück in deinen eigenen Garten. Los. Los. Komm, Cosmo. Komm. Cosmo. Komm. Na los. Na los. Komm schon. Komm. Ach, die Leine verhättert sich. So. Ich glaube, der geht immer weiter weg. Scheiß Gebüsch. Einfach rausgerissen. Okay, das funktioniert nicht. Mensch, ey. Was ich immer für sportliche Aktivitäten hier leisten muss. Komm schon. Komm, geh mit nach Hause. Ja, siehst du? Siehst du, was passiert, wenn man nicht zu Hause bleibt? Hier. Komm. Na los. Komm her. Komm. Cosmo. Komm schon. Komm, komm, komm. Zurück in den Garten. Los. Los, los. Ich bin hinter dir. Ja, braves Kätzchen. Lauf nicht mehr weg. Ich sehe das doch. Wo ist der Polly? Oh, Polly. Was ist denn? Willst du schon wieder rein? Ja. Hast du keinen Bock mehr? Ganz reingehen. Lass mich dir dein Geschirr ausziehen. So, ganz reingehen. Ich glaube, ich muss noch die Tür zu machen. Das habe ich nämlich nicht gemacht, als ich rausgelaufen bin, um Cosmo zu holen. So, jetzt ist zu. Cosmo, willst du nicht auch langsam reinkommen? Hm? Ja, guck mal, die Pfötchen frieren schon. Hm? Die Pfötchen frieren schon. Ja. Geh rein. Geh nach Hause. Na los, rein. Na, du meldest dich schon, oder? Wenn du nach Hause willst. Ja, ich glaube, das Kätzchen möchte nach Hause. Nehmen wir mal die Leine hier. Willst du nach Hause? Hm? Willst du rein? Ja? Na los, komm. Falsche Richtung. So, geh rein. Warte, 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 warte. Noch nicht. Warte, warte, warte. So. Ganz rein. Na los. Ja, 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 ja. Ich wusste es, dass der mich hier veräppeln will. Ich wusste es.